Seit mehr als 20 Jahren ist der Fliesenhof GASNIK in Seelen der kompetente Ansprechpartner bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen. Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung und Betreuung bei Ihrem Bauvorhaben, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich. Überzeugen Sie sich selbst von unseren kreativen Ideen und der hohen Qualität unserer Arbeit. Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!